Vor dem Zeitalter des Chaos gab es andere Götter, alte Götter, aber trotz all ihrer Macht konnten sie ihre Welt nicht retten. Deshalb wurde ich erschaffen. Und ich werde diese Welt bis in alle Ewigkeit wahren. Für dich und alle folgenden Generationen. Dies ist meine Aufgabe. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Antworten, an die ich glaube, zu einfach sind. Wird es uns je möglich sein, die Kluft zwischen unseren Körpern und unserem Verstand zu verstehen? Wie viel von uns ist Natur? Und wie viel Erziehung? Wenn ich meine geistigen Fähigkeiten und mein Wissen in einer Maschine reproduziere, wäre diese Maschine dann ich? Wäre sie ein Mensch? Und was wäre mehr ernüchternd für mein Ego, wenn die Antwort Ja wäre oder Nein? Was ist, wenn ich zu viele Annahmen treffe? Aber ich habe nicht genug Zeit, mir über mein Ego Gedanken zu machen. Es gibt viel zu tun. Mordlich ist kein Lass bei mir gewesen, was er vielleicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020